Hallo, nach einer langen Weile textlastig sind wir aus unserem Winterschlaf erwacht. Hallo Falk. Hallo Simon. Oh, nochmal strecken. Hast du gerade nach einer langen Weile gesagt oder nach einer langen Weile? Ist das ein Unterschied? Nach einer langen Zeit? Ja. Jetzt verstehe auch ich es. Aber es stimmt, Langeweile kann was Neutrales sein, einfach nur eine lange Zeit oder auch eine lange Zeit, die langweilig war. Also mit Leerzeichen oder ohne macht einen großen Unterschied. Ist eigentlich krass, weil eine Langeweile, ich meine, das drückt ja nichts aus. Du kannst auch eine Langeweile sozusagen was super Geniales erlebt haben. Aber dann schreibst du es mit Leerzeichen. Eine lange Leerzeichen Weile. Aber ich finde es einfach... Eine Langeweile? Ja genau, ja schon. Aber warum hat sich das so rausgebildet, dass Langeweile plötzlich was Negatives ist? Wollen wir gleich zu Beginn dieser Folge mit Wikipedia anfangen? Ja genau. Willkommen zurück zu Textlastig beim Wikipedia-Vorlese-Podcast. Das können wir echt machen. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Podcast-Idee, ne? Wahrscheinlich, wenn du einfach einen Wikipedia-Artikel vorliest. Obwohl, so wie die oft geschrieben sind, ne. Ja, man müsste die Englischen lesen. Das ist schon geiler. Ja, also ich finde, oft sind die so geschrieben, dass wenn du davon keine Ahnung hast, also wenn du zum Beispiel etwas über Grammatik liest, dann solltest du schon viel Ahnung von Grammatik haben, damit du das kapierst, was dort steht. Also das ist nicht für Leute geschrieben, die jetzt sich da neu einarbeiten wollen. Dann würden wir halt was über dumme Sachen vorlesen. Okay. Heute aber würde ich sagen, spielen wir einen Text in Welcher. Wie wäre es damit? Fürs Erste. Genau. Und zwar hat uns nämlich ein Herr geschrieben. Markus Witzmann hat uns geschrieben. Genau. Und hat gesagt, hey Leute, wenn euch Spiele ausgehen, ich habe eins gemacht. Und das spielen wir jetzt. Es heißt, ein später Besuch. Genau. Ist von 1997. Was? Ach nee, es spielt. Es spielt Freitag, den 14. Oktober 1997 auf dem Parkplatz. Ich habe jetzt nur in der Titelzeile gelesen, was dort steht. Und genau, Markus Witzmann. Und was gibt es noch zu sagen? Ah ja, da soll irgendwie Ton mit dabei sein. Aber ich glaube, wir kriegen das nicht hin, den jetzt mit aufzunehmen. Und genau, ich kann mal gucken, ob das irgendwie, ob ich Ton höre und sag dann, was ich höre. Ich kann den Ton dann beschreiben. Genau. Weil man kann ja wohl Sound on, off schreiben. Ja. Und dann geht er halt on oder off. Genau. Also in meinem Kleinstöpfer da, dass er das nicht unterstützt. Von daher, ich könnte es sowieso nicht hören. Naja, aber dafür sind wir trotzdem multimedial voll ausgestattet. Denn wir haben ein Bild. Da ist ein Bild am Anfang. Mhm. Und was sehen wir auf dem Bild? Wir sehen eine Mauer, die unterbrochen wird von einem offenen, großen Tor, durch das man durchschauen kann. Also so, wie sagt man, Stahltür oder sowas, so Gittertür. Ja. Und davor sieht man einen Mann, der vor einem oder neben einem Auto steht. Ja, also das Auto steht auch vor dem Tor. Die könnten quasi durchfahren. Aber der Mann ist vermutlich gerade aus dem Auto ausgestiegen vielleicht. Und guck mal, der steht auf Krücken. Genau. Und hat ein linkes, ja weiß nicht, gebrochen wahrscheinlich. Ja. Also auf jeden Fall verdingst es. Also entweder hat er noch sein... Wickeltes Bein. Ja, oder er hat seine Skistiefel nicht ausgezogen. Oder er hat dort einen Gips. Ja. Skistiefel. Genau. Ja. Genau. Und wie sieht denn das aus? Also bei mir in der Titelleiste steht bei mir noch nichts. Ich glaube, das kommt später. Ja. Steht da irgendwas, wo man ist? Ja, Parkplatz. Also du hast gesagt Parkplatz. Ja. Okay, okay. Ich wollte sagen, dahinter der Mauer sieht ein bisschen aus wie ein Friedhof oder? Ja, stimmt. Das sieht so, also sieht sehr diesig aus. So Bodennebel und ein paar Herbstbäume. Würde auch zum Titel des Spiels passen, ne? Später Besuch. Ja. Wenn derjenige schon auf dem Friedhof ist, ein bisschen spät. Stimmt. Jetzt macht es Sinn, ja. Das ist jetzt meine spontane Interpretation. Okay, ich kann ja mal anfangen zu lesen. Ja. Und dann wird sich das wahrscheinlich klären. Ich hoffe. Wie immer. Das machst du. Tante Erna hast du viel zu verdanken. Deshalb tut es dir auch aufrichtig leid, dass du ihre Beerdigung, ja, okay, da sind wir, um ein paar Stunden versäumt hast. Ach so, aber nur ein paar Stunden, okay. Der letzte Schulungstag der Seminars dauerte länger als geplant und dann war noch ein elender Stau auf der Autobahn. Dass dein linker Unterschenkel gerade in einem Gips steckt, macht die Sache auch nicht einfacher. Als du dann auf dem Friedhof angekommen bist, musstest du zur Krönung feststellen, dass es der Falsche ist. Okay. Nach einer weiteren Dreiviertelstunde bist du nun endlich am richtigen Friedhof. Zumindest lässt es du es dir nicht nehmen, ihr Grab zu besuchen, denn es könnte sehr lange dauern, bis es sich wieder einmal in diese Gegend verschlägt. Auf der Fahrt hierher ist dir aufgefallen, wie isoliert der Friedhof zwischen all den Feldern und kleinen Wäldchen liegt. Die nächste Ortschaft ist gute fünf Kilometer entfernt. Da es gerade wieder angefangen hat, leicht zu regnen, machst du jetzt auch noch den obersten Knopf deines Mandels zu. Du schaust auf deine Ohre, es ist genau halb vier. Tippe Kurzinfo bzw. Menü für weitere Informationen. Dieses Spiel hat Soundeffekte, dein Interpreter kann diese aber nicht abspielen. Also okay, das wäre ein sehr individueller Text auf meinen Interpreter bezogen, okay. Ein später Besuch, ein interaktiver Thriller von Markus Witzmann. Ich habe jetzt mal den Sound angeschaltet, mal gucken, ob er kommt. Okay, Parkplatz. So, Falk, jetzt bist du mal dran. Parkplatz. Warte mal kurz. Parkplatz, Freitag, der 14. Oktober 1997, nachmittags. Jetzt steht bei mir oben was. Er verläuft in mehreren Reihen entlang der alten Friedhofsmauer. Wer? Achso, der Parkplatz. Sein Ende wird durch eine lange Baumreihe markiert. An diesem nasskalten und nebligen Oktobertag stehen hier nur dein Fort Sierra und ein alter Kombi. Ein paar Meter vom Eingang entfernt befindet sich ein gelbes Telefonhäuschen. Durch das große Gittertor gelangt man in nördlicher Richtung auf den Friedhof. Simon, ich gucke mir das Bild oben an und ich wollte noch sagen, Simon, das sieht nach einem Ford aus. Nach so einem 80er, 90er Jahre Ford. Und hey, da steht es, Ford Sierra. Ja. Ei, ei, ei. Okay, was machen wir? Ja, da ist ein Autokenner an dir verloren gegangen. Wollen wir uns mal selbst wieder anschauen und Inventar checken und so. Also die Klassiker, ne? Ja, schau dich an. Boom. Dein Name ist Michael Bunte. Du bist eine kleine Nummer im mittleren Management einer großen Versicherung. Obwohl es ziemlich kalt ist, trägst du unter deinem schwarzen Mantel kein Sakko. Mhm. Das hast du im Auto gelassen. Die Fahrt hierher war anstrengend und dein linkes Bein schmerzt ein wenig. Genervt betrachtest du deinen Unterschenkelgips. Noch zehn Tage, dann bin ich dich verdammtes Ding endlich los. Sagt er. Ah ja. Okay. Dann Inventar. Ne, warte. Aber bei mir kommt jetzt noch. Ne, bei mir kam nix. Okay, bei mir kommt jetzt. Mann, das halte ich nicht aus. Entfernt es dir unvermittelt, als sich wieder einmal eine plötzliche Juckattacke überfällt. Dein Fuß fühlt sich an, als hätte sich eine ganze Ameisenkolonie im Gips eingenistet. Okay. Steht bei mir noch da. Hattest du schon mal einen Gips? Ne. Ich auch nicht. Ich hab mir noch nie im Leben was gebrochen. Ne, ich auch nicht. Und ich war Mountainbiker. Außer das Herz. Und Fußballspieler. Okay, da hast du vielleicht nicht so viel Fußball gespielt, nicht so viel Fahrrad gefahren. Ne, beides muss ich verneinen. Ich glaub, ich weiß nicht, ich hab viel Milch getrunken vielleicht. Ah, okay. Ja, okay. Ne, oder doch, war Milch, ne? Was, wegen Calcium und so für die Knochen. Oder dir hat jemand so ein Alamantium-Skelett eingebaut, wie beim... Du, ich weiß es nicht. Ich könnte es nicht ausschließen. Ja. Okay. Inventar wollten wir noch gucken, ja? Ich hab's schon. Okay. Du hast Folgendes bei dir. Einen Mantel angezogen. Mhm. Dann, also indented, wie sagt man auf Deutsch? Also eingerückt. Eingerückt, genau. Ein Autoschlüssel für deinen Ford, ein Grablicht, Streichhölzer, eine E-Mail. Haben wir auch im Mantel dabei. Okay. Und jetzt wieder auf dem hierarchischen Level des Mantels, also besagte vier Sachen gerade waren wahrscheinlich im Mantel. Es kann sich eh keiner vorstellen, weil... Einen weißen... Man muss trotzdem... Hey. Ich rezitiere nur, Simon. Wir schicken euch eine E-Mail, liebe Zuhörer, wo ein Bild drin ist. Einen weißen Gips, eine Uhr und zwei Krücken. Okay. Schön. Lassen wir nochmal hochscrollen. Hier sind wir am Parkplatz. Okay, der Parkplatz wird beschrieben. Baumreihe, Nascals, Sierra. Wollen wir mal den anderen Kombi mal checken? Mhm. Und das Telefonhäuschen. Okay, also schau... Ich sag einfach mal anderen Kombi an, oder? Obwohl anderen... Vielleicht haben wir auch keinen. Vielleicht haben wir gar keinen. Ich sag einfach mal, schau Kombi an. Du schaust in Richtung des alten und stark verrosteten Passat. Der dunkelrode Kombi parkt ungefähr 100 Meter vom Haupteingang entfernt an der Friedhofsmauer. Erst da fällt dir auf, dass der Wagen genau vor einem kleinen Nebeneingang steht. Mhm. Aha. Okay. Aber wahrscheinlich werden wir feststellen, dass die Tür zu ist. Obwohl, auf dem Bild ist sie ja offen, ne? Ja, aber der Nebeneingang nicht. Von dem wissen wir nichts. Achso, achso, du meinst der Haupteingang. Ja. Okay, ja, ja. Kräh, kräh. Hörst du es von einem der Bäume in der Nähe rufen? Okay. Ja, ist ja nicht so schlimm. Pass mal auf. War nicht früher immer der Unterschied zwischen Schauen und Untersuchen? Äh, ja. Ich untersuche mal den Passat. Oh. Ein alter, stark verrosteter, dunkelroter Passat-Kombi. Er steht vor einem Nebeneingang an der Friedhofsmauer. Okay. Okay. Dann untersuchen wir mal die Friedhofsmauer, bevor wir uns die Telefonzelle anschauen. Friedhofsmauer. Sie ist zu beiden Seiten mehrere hundert Meter lang. Pff, wie groß ist denn bitte der Friedhof? Da sind vielleicht sehr große Männchen drauf vergraben. Das könnte ja auch sein, ne? Buddelt man eine Weile. In ihr befindet sich ein kleiner Seitenangang in nordwestlicher Richtung, dessen Eisentür geschlossen ist. Er ist geschlossen. Wo hast du das mit der Telefonzelle her? Das steht im Eingang, also auf dem Parkplatz. Ah, ja. Ganz unten steht, ein paar Meter vom Eingang entfernt befindet sich ein gelbes Telefonhäuschen. Okay. Okay. Unter Sucher. Oder X war das, ne? Oh. Telefonhäuschen. Okay. Das Telefonhäuschen steht neben dem Eingang an der Friedhofsmauer. Darin befindet sich ein altmodischer Telefonapparat mit Wählscheibe und Münzeinwurf. Kräh, kräh, hörst du es von einem der Bäume in der Nähe rufen. Ja. Jetzt auch bei mir. Ja, was wollen wir machen? Erstmal ignorieren und auf den Friedhof gehen, oder? Äh, ja, warte mal, schau dich um. Ich guck gerade mal. Ja, also, genau, ja, ja schon, oder? Wir haben ja jetzt keinen Grund, irgendwas anderes zu machen. Ich wollte gerade sagen, genau. Wir wollen erst mal primär wahrscheinlich das Grablicht aufstellen. Genau. Okay, also ein Tritt, oder nee, in Ordnung. Also einfach in blau, ne? Genau. Genau. Vorplatz. Von außen konntest du anhand der Mauernlänge erahnen, wie groß der Friedhof sein muss. Hier lässt dich der Nebel aber kaum über den kreiserunden Kiesplatz hinweg. Die ersten Gräbereien erkennen. Auf dem Platz befindet sich eine kleine Blumenhandlung, deren Eingang in östliche Richtung liegt. Ein Fenster befindet sich an der Seite des Gebäudes. In Richtung Norden und Westen führen breite Hauptwege, an deren Seiten mehrere alte Bäume stehen zu den Gräbern. Durch das große Gittertor kannst du im Süden den Parkplatz sehen. Ja, ein paar Blümchen wären vielleicht nicht schlecht, ne? Bei mir steht jetzt, Mann, das halte ich nicht aus. Entfährt es dir unvermittelt, als dich wieder einmal eine plötzliche Juckattacke überfällt. Dein Fuß fühlt sich an, als hätte sich eine ganzen... Ah ja, okay, das war ja das, was bei dir gerade war, ne? Genau. Okay, jetzt hab ich's. Bei mir juckt's wohl. Mit den Ameisen. Okay, also erstmal, vielleicht liegt's daran, dass wir lange nicht gespielt haben. Aber ich find's schön, dass hier die Himmelsrichtungen fett geschrieben sind. Ja, kann man gut erkennen, ne? Ne? Das stimmt. Also, wir haben also einen Blumenladen, östlich. Okay, und die Hauptwege gehen nach Norden und Westen. Okay, und Süden geht wahrscheinlich zurück. Ja, was wollen wir machen? Na, 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 einen Blumenladen gehen. Ich wollte gerade sagen, da kann man vielleicht mal fragen, wo das Beet ist. Ja, und Blumen kaufen. Ja, okay. Okay. Aber wir müssen erstmal rausfinden, du versuchst, die Glastür zu öffnen. Sie ist verschlossen. Wie wird? Also halt, öffne, Tür zu, Blumen. Ach so. Also abgeschlossen. Ist der zu, oder was? Es ist doch Freitag, nachmittags. Warum ist denn der zu? Naja, Freitag um eins macht jeder seins, oder? Okay, wollen wir in die Scheibe eintreten? Ne, erstmal nicht. Ach, was ist denn mit dir los? Warte mal, was haben wir denn zum... Ja gut, wir haben zwei Krücken, damit ginge das schon, ne? Und ein Gips, wir haben ein Gipsbein. Ja, aber der, also, bitte, der Gips. Der zerfällt doch. Ja, umso besser, dann kitzelt das nicht mehr. Ne, wir müssen erstmal das Grab finden. Ja, und wie stehen wir denn da ohne Blumen? Ja, die nehmen wir auf dem Weg dahin von einem anderen Grab. Oh, okay, ja gut, dann machen wir das so. Ja. So, warte mal, ich gucke nochmal kurz ins Internet. Haben wir irgendwas? Wir könnten mal die E-Mail lesen. Vielleicht steht da, wo das Grab ist. Okay. Oder? Die ist E-Mail. Mhm. Das ist der Ausdruck der E-Mail, die dir deine Frau geschickt hat. Hallo Schatz. Ah Gott, es fängt schon alles klein geschrieben, wie man heute E-Mails schreibt. Ei, 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 ei. Na, wie ist das Seminar? So langweilig, wie es klingt. Friedhof schließt um 16 Uhr. Das Grab deiner Tante befindet sich... Da steht's. Befindet sich im Sektor 14, Grabreihe 6, Grab 2. Okay. Habt ihr noch so eine Packung Grablicht ins Handschuhfach gelegt? Falls du müde bist, nimm dir bitte für heute Nacht ein Zimmer. Aber ruf bitte spätestens morgen früh an und vergiss bitte nicht den Husten. Sag für Gilly oder Gilly. Isst fast alle. Husten ist noch nicht ganz weg. Da ist ein Schreibfehler. Weiß nicht, ob das Absicht ist. Aber da sie seit gestern kein Fieber mehr hat, möchte sie morgen unbedingt wieder in die Schule gehen. Mal sehen. Dem Kleinen geht es gut. Seit vorgestern versucht er immer wieder mal aufzustehen. Dann fällt... Da fehlt ein Elf. Da fällt... Dann fällt er auf seinen Hintern und schaut mich total überrascht an. So süß. Drei Ausrufezeichen. Beall dich lieber, sonst versäumst du noch seine ersten Schritte. Und fahr bitte vorsichtig. Kuss Marlene. Aha. Gut. Ja, äh, dann wissen wir das jetzt. Was war das? Äh, Reihe 14, 6, 2. Sektor, Sektor 14, Grabreihe 6, Grab 2. Aber was ist denn jetzt Sektor? Ja, das kriegen wir nach Haus. Ja, im Westen nichts Neues. Komm, wir gehen nach Norden. Okay. Nachdem du ein paar Meter den Hauptweg entlang gehumpelt bist, hörst du, wie jemand... Moment mal, wie fahren wir denn Auto mit so einem kaputten Bein? Hm, ja, vielleicht ist das Pedal sehr groß oder so. Oder Automatik. Wir haben so einen schönen SUV, da ist doch viel Platz drin. Ja, es muss Automatik sein, ansonsten hättest du mit einem linken Fuß einen kaputten echten Problem. Nachdem du ein paar Meter den Hauptweg entlang gehumpelt bist, hörst du, wie jemand das Türschloss der Blumenhandlung aufsperrt und die Tür öffnet. Na toll. Der Friedhof sperrt gleich zu. Wer sagt das? Na, er. Achso. Du drehst dich um und siehst einen Mann an der Tür des Blumengeschäfts stehen. Na, der sagt das wahrscheinlich. Er betrachtet skeptisch dein Gipsbein. Ja, okay, dann gehen wir. Warte mal, schau dich um, gucken, ob wir jetzt noch zurückgehen müssen oder ob wir noch nach... Ja, okay, wir sind immer noch am Vorplatz. Dann können wir jetzt nach Osten in den Blumenladen. Okay. Osten, haben Sie mich nicht gehört? Wir schließen gleich und machen Sie die Einfahrt frei. Das wäre aber nicht sehr freundlich. Komm, wir persistieren. Ich gehe nochmal nach Osten. Der Gärtner lässt dich nicht weitergehen. Außerdem besteht er darauf, dass du dein Auto aus der Einfahrt fährst. Was ist denn das? Da war der ein Stress hier. Ohne Scheiß, ey, das ist ein Friedhof, ey. Okay, eine Waffe dabei, ne? Na, okay. Komm, wir gehen nach Osten. Nee, sprich mit Gärtner über Blumen. Ich möchte jetzt... Keine Antwort. Ey, ich glaube, ey, das ist ein Mörder. Der hat nämlich keine Ahnung von Blumen. Okay, Kaufblumen bringt auch nichts. Nee, nee, nee. Da ist irgendwas im Argen. Das ist... Wieso eigentlich Gärtner? Ja, das ist... Ja, naja, weil da ist es nicht ganz koscher, was hier... Ah, nee, doch. Okay, da steht Gärtner. Nee, ich... Guck mal hier. Ich habe mir einfach... Macht mir natürlich natürlich... Also, der Profi macht es eigentlich nicht. Aber ich habe geschrieben, rede mit Gärtner, ohne Thema anzugeben. Hm, fein. Bevor du... Aber du... Bei seinem Anblick... Bringst du eher an einen Schmied, als an einen Gärtner. Aber es ist erst halb vier. Ja, der Friedhof schließt um vier. Der Friedhof schließt um vier. Ich habe das Recht, den Friedhof noch zu besuchen. Dann antwortest du. Das sehe ich anders. Mit ihrem Gips schaffen sie es nicht mehr, zum Grab zu gehen und rechtzeitig wieder zurück zu kommen. Ich habe keine Lust, wegen ihnen warten zu müssen, entgegnet der Mann unfreundlich. Sag mal, seit wann schließt so ein Friedhof? Also, ich war jetzt ewig nicht auf dem Friedhof, das gebe ich zu, aber... Na, das finde ich nicht... Seit wann macht das der Gärtner? Das ist doch nicht so unüblich. Also, vor allem... Echt? Hier habe ich teilweise auch Parks gesehen, die geschlossen werden über Nacht. Okay. Ja. Crazy. Ja, okay. Die Bäume wollen ja auch mal schlafen. Soll ich nochmal Rede mit Gärtner machen? Bitte verstehen Sie doch. Versuchst du dich nochmals an den Mann zu richten. Gehen Sie, schnauzt er dich an. Er lässt sich nicht mehr auf eine Diskussion... Wollen wir den einfach einen reinhauen? Gewalt ist keine Lösung, Simon. Komm, wir schlagen den Gärtner. Schlag, Gärtner. Ey, wer so mit uns redet... Oh, Mann. Klassiker? Ja. Na, also. Also, hier ist es aber so, dass es heißt, man sagt, Gewalt ist keine Lösung. Sagt man so, ja? Ja. Mhm, mhm. Toll. Ja, also, okay. Also, wollen wir nochmal nach Norden gehen? Weil eigentlich würde ich ja erwarten, dass uns das Spiel dann sagt, du schaffst es nicht oder dass der Gärtner uns zurückzieht oder so. Also, ich würde jetzt sagen, wir mal, ja, wir können es versuchen. Ja, oder? Komm, wir gehen mal. Aber... Haben Sie mich nicht gehört, wir schließen gleich und machen Sie die Einfahrt frei. Okay, komm, wir kommen nicht drumherum. Okay, dann müssen wir durch den kleinen Eingang dann gehen. Ah, du Fuchs. Also, dann gehen wir jetzt wieder auf den Parkplatz. Genau. Und... Machen wir NW, Nordwesten für Nebeneingang? Ja. Zuerst öffnest du die Eisentür. Ja, aber... Dein Ford steht noch immer genau vor dem großen Gittertor des Friedhofs, ausrufe sich. Genau, also, wir müssen... Steig in Ford, oder was? Ja. Was möchtest du tun? Aha. Ah. Erstens, du fährst nach Hause. Zweitens, du fährst deinen Wagen auf einen der Stellplätze hinter der Baumreihe. Drittens, du machst nichts. Na ja, komm, wir machen das offensichtlich. Zwei, wa? Können wir auch direkt nach Hause fahren. Die schnauze voll, ja. Okay, zwei. Genau. Du steigst in deinen Wagen und startest den Motor. Dann setzt du langsam zurück, fährst ein Stück zu der Baumreihe vor, die das Ende des Parkplatzes markiert und stellst deinen Ford dahinter auf einen der Stellplätze ab, sodass der Wagen von der Gärtnerei aus nicht mehr zu sehen ist. Die Leertaste. Verdammt! Hätte ich nur nochmals die Todesanzeige gelesen, dann wäre ich gleich auf den richtigen Friedhof gefahren und hätte nicht zu viel Zeit verloren. Ärgerst du dich noch immer? Du hast Marleen darum gebeten, dir deine Notiz mittels E-Mails zu übermitteln. Auf der Notiz hast du die Grabnummer und Uhrzeit der Beerdigung, dummerweise aber nicht die Adresse des Friedhofs aufgeschrieben. Dann wäre dir nämlich aufgefallen, dass deine Tante nicht in ihrer Heimatstadt beerdigt wurde, sondern auf einem Friedhof fast 30 Kilometer weit entfernt. Äh, weiter entfernt. Du steigst aus dem Wagen, schließt ihn ab und gehst Richtung Friedhof. Okay, jetzt gehen wir Nordwesten, oder? Genau, wahrscheinlich ist es nämlich zu schon, ne? Ich kann irgendetwas mehr tippen. Hä? Leertaste? Ah, erstes Kapitel. Genau, so. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie auf den Friedhof gelangen. Nimmst du dir vor. So, und da gehen wir natürlich jetzt direkt nach Nordwesten zur Eisentür. Obwohl die Tür laut quietscht, glaubst du, dass der Gärtner dich aufgrund des Regens nicht gehört hat. Regen? Okay. Das ist neu. Du humpelst durch den Seiteneingang und dann machst du hinter dir die Gittertür wieder zu. Die Bäume und Büsche bieten genug Sichtschutz, sodass du vom Gärten unbemerkt das Friedhofsgelände betreten kannst. Also der wohnt da, oder was? Ich dachte, der ist auch weggefahren. Hm, tja. Das ist die Frage, ja. Vielleicht. Obwohl er wohnt denn auf dem Friedhof. Ja, ich sag, der Typ, der... Der Gärtner halt, ne? Der ist nicht ganz der Gärtner, in Anführungszeichen, ja. Okay, Gräberfeld. Zwischen den vielen Bäumen bestimmen hier ungewöhnliche Grabsteine die Grabreihen. Am Rand des Weges stehen eine Tafel und ein Mülleimer. Mhm. Im Norden kannst du schemenhaft die Umrisse eines großen Kreuzes erkennen. Östlich von hier befindet sich der Vorplatz mit der Gärtnerei und dem Haupteingang. Südöstlich geht es durch die Eisentür auf den Parkplatz. Direkt vor der Tür parkt ein dunkelroter Kombi. Du hast gerade einen Punkt bekommen. Oh. Okay, der dunkelrote Kombi ist also der Passat. Oh, hier, südöstlich ist nicht dick gedruckt. Östlich auch nicht. Naja. Okay, also wir müssen nach Norden gehen. Östlich ist der Gärtner. Südöstlich. Südöstlich, warte mal, lass mich mal kurz im Kopf. Südöstlich. Okay, es ist das Gegenteil von nordwestlich. Alles klar. Ja, gehen wir nach. Ah, nee, nee, nee. Lass uns mal die Tafel lesen. Lies. Tafel. Da ist nämlich bestimmt. Pass auf. Ah, Sektor. Genau. Wo wollen wir hin? Lass mich mal noch scrollen. 14, 12, irgend sowas. Mach einfach Lies E-Mail. Sektor 14, Grabreihe 6, Grab 2. Okay, sag mal, hier also falsch. Wir können aber nur nach Norden. Okay, gehen wir halt nach Norden. In den Mülleimer gucken macht man nicht, wenn man nichts sucht. Ja, das habe ich jetzt auch überlegt. Ja. Platz mit dem großen Holzkreuz. Mitten auf dem großen Platz befindet sich ein circa 4 Meter hohes Holzkreuz. Von hier aus führen Wege in alle vier Himmelsrichtungen und ein Trampelfahrt nach Südwesten. 20 Meter weiter westlich befindet sich ein modernes Gebäude, dessen Eingang geschlossen ist. Vor diesem Gebäude steht eine Art grauer Kastenwaren. Drei Männer sind gerade dabei, einen Sarg auszuladen. Okay, das ist das Grematorium. Schätze ich, oder? Ja. Obwohl, der hat ja nicht jeder Friedhof, nicht unbedingt. Ja. Nö, keine Ahnung. Aber... Okay, schau dich um. Gibt es hier eine Tafel? Ne. Gleicher Geschreibungstext. Okay. Aber es geht in alle vier Himmelsrichtungen weiter, also von daher... Okay, also nach Westen ist besagtes Gebäude. Mhm. Trampelfahrt führt nach Südwesten. Das ist natürlich interessant, was das ist, ne? Wollen wir da zuerst hingehen? Ja, gucken wir mal hin. Du möchtest so schnell wie möglich das Grab deiner Tante finden und bleibst deswegen auf den Hauptwegen. Na gut, weiter nach Norden oder so? Ja, lass uns erstmal nach. Keine Ahnung. Ja, ja. Als du an dem Kastenwagen in Richtung eines großen Gräberfeldes vorbeigehst, richtet sich plötzlich einer der zwei Männer in Uniform... Wieso? Es waren doch eben drei. Egal. ...an den Mann im schwarzen Anzug. Aha. Man soll ja immer erst zu Ende lesen. Mhm. Wie lange brauchen sie, um ihn vorzubereiten? Da machen wir kein großes Gewäse. Der kommt so, wie er ist, hinein. Antwortet dieser hemdsärmelig und, wie dir scheint, mit unverholter Verachtung. Mhm. Er beugt sich zu dem am Boden stehenden Kunststoffsarg hinunter und öffnet je eine Schnalle am oberen und unteren Ende. Die beiden Männer heben den Deckel hoch. Du bist nicht gerade unglücklich darüber, dass du von dort, wo du gerade stehst, nicht in den Sarg hineinschauen kannst. Ich weiß, was der Kerl verbrochen hat. Stand damals jedenfalls in allen Zeitungen, erklärt der schwarze Anzug den beiden Männern in Uniform und richtet sich nach einem flüchtigen Blick in den Sarg wieder auf. Gleich morgen Vormittag machen wir das. Es muss nur noch das Grab ausgehoben werden. Morgen früh wird dann auch ein Sarg angeliefert. Er muss also heute Nacht in dem Transportsarg bleiben. Stellt ihn rein. Die Träger schließen den Sarg. Okay. Großes nördliches Gräberfeld. Von hier aus erstreckt sich ein einziges großes Gräberfeld. Zwischen den Grabreihen stehen vereinzelt Bäume und Holzbänke. Eine Tafel steht am Hauptweg. Im Süden befindet sich der große Platz mit dem Holzkreuz. Okay, wir sind jetzt in Sektor 12, 20. Wo wollen wir hin? 14, 6. Zwei. Okay. Also Simwa und Nu? Weiter nach Norden. Oder Osten? Oder Westen? Na. Ja. Also die Angabe des Sektors sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Heißt, dass wir wechseln. Also pass auf. Wir könnten jetzt. Also weißt du, die Nord-Süd-Achse ändert den Sektor und die West-Ost-Achse verändert das. Scheiße, was war die 6? Reihe. Die Reihe. Oder? Oder auch nicht? Weiß nicht. Also lass uns nochmal nach Norden gehen. Mhm. Okay. Nee, es geht nicht. Okay. Okay. Ja, dann lass uns, keine Ahnung, nach Osten. Mhm. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Also Westen. Was? Es bringt dir nichts, ziellos durch das riesige Gräberfeld zu humpeln. Ja, aber. Okay, wir lesen nochmal die Tafel. Hier steht einfach nur Sektor 12 bis 20. Warte mal. Ach so. 12 bis 20. Ah, okay. Okay. Was, was, ja, okay. Deine Erkenntnis? Nee, ja, nee. Ich dachte, das ist, wir sind jetzt irgendwie bei Sektor 12, Reihe 20. Aber das ist 12 bis 20. Okay, das heißt, wir sind jetzt irgendwie auf der richtigen Höhe, ne? Mhm. Aber es ist komisch, dass wir nicht weitergehen können. Schau dich um. Von hier aus erstelle ich den Höhe. Mhm. Okay. Vielleicht können wir sowas eingeben wie Suchgrab oder so. Weißt du, dass sich selbst das Grab sucht oder so. Du bist so ein Sch... Suchgrab. Du humpelst die Grabreihen entlang und suchst nach Sektor 14. Mhm. Fast erscheint dir dieser Teil des Friedhofs idyllisch. Obwohl die kahlen Bäume und der leichte Nebel in der beginnenden Dämmerung das Ganze etwas unheimlich erscheinen lassen, kannst du dir gut vorstellen, dass hier im Sommer auch Spaziergänger unterwegs sind und unter dem Schatten der Bäume Erholung suchen. Wenn du nur nicht so eine tiefe Atemneigung gegen Friedhöfe hättest. Vier, fünf, sechs, murmelst du vor dich hin, während du die Grabreihen zählst. Da, gleich auf dem zweiten Grab, liegen etliche Grenze. Das muss es sein. Du schaust auf deine Uhr. Es ist zehn Minuten nach halb vier. Warum ist das wichtig? Was ist wichtig? Na, dass der das sagt. Ist ja das nochmal so betont. Was? Na, es ist zehn Minuten nach halb vier. Na, weil es um vier zu macht. Ach so, du meinst, wir, wir, ähm. Hieß es nicht um vier machen zu, ja. Ach so, nee, ich dachte, wir, wir sind, wir schleichen uns einfach rein, obwohl das Ding schon zu ist. Weißt du? Ja, vielleicht müssen wir nochmal in dieses moderne Gebäude, was auch immer es ist. Ah, okay, ich verstehe. Also, keine Ahnung. Okay. Okay. Grab von Tante Erna. Okay, ähm, und was wollten wir? Wir wollten uns einfach nur verabschieden nochmal, ne? Na, das Grablicht aufstellen, oder? Ah ja, stimmt. Stell, gra, heißt es Grablicht? Grablicht auf Grab, oder? Oder anders. Du möchtest es nicht auf das Grab stellen, bevor du es nicht an... Zünde Grablicht mit, äh, was haben wir bei uns? Feuerzeug? Ne. Ich habe einfach nur Zünde Grablicht eingegeben und das funktioniert. Okay, das ist ein modernes Textadventure. Mit etwas Mühe und der Zuhilfenahme deines Mantels als Wind- und Regenschutz zündest du mit einem der Streichhölzer das Grablicht an. Durch die Grabreihen hindurch kannst du die Männer vor der Aufbahrungshalle sehen, okay. Wie sie in den Wagen steigen und in Richtung des Haupttores fahren. Ein aufgescheuchter Vogel stiebt in die andere Richtung davon. Mhm. Okay, also die drei sind weg. Ja. Dann, ähm, stell Grablicht auf Grab, okay. Vorsichtig beugst du dich nach vorne und stellst das leicht flackernde Grablicht an das Kreuz. Als du mit dem gesunden Fuß einen Schritt zurück machst, bleibst du an einer der großen Kränze hängen, verlierst das Gleichgewicht und fällst nach hinten. Der Schmerz explodiert förmlich in deinem Bein, als du mit dem Hintern auf dem Boden aufschlägst. Du schreist laut auf und Tränen schießen dir in die Augen. Für einige Momente bleibt dir die Luft weg. Mhm. Grab von Tante Erna auf dem Boden. Okay. Du liegst am Boden neben dem Grab deiner Tante und kommst nicht hoch. Richtung Osten geht es zurück auf den Hauptweg. Das ist ja Ende. So. Du stirbst einfach neben dem Grab. Du legst dich neben Tante Erna. Ja. Genau. Ah ja, okay. Ähm, dann können wir jetzt nur noch kriechen, oder was? Tja. Also wir können jetzt mal einfach nach Osten gehen, mal gucken. Du musst erst einmal aufstehen. Ach so, okay. Ja, dann steh auf. Geht das überhaupt? Du fühlst dich noch nicht in der Lage, wieder aufzustehen. Das Bein schmerzt noch immer zu sehr. Es bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als zu warten, bis der Schmerz nachlässt. Okay. Haben wir irgendwas dabei, was wir lesen können oder so bis dahin? Wollte ich gerade sagen. Kippen oder ein Buch? Ah, hier, guck mal. Ich habe jetzt Inventar getippt. Ja, aber ich auch. Da sagt er, du atmest ein paar Mal tief durch. Das Bein schmerzt noch immer höllisch, da der Wadenbeinbruch fünf Wochen her ist. Hoffst du, dass der Knochen schon so weit zusammengewachsen ist, dass er nicht wieder gebrochen wurde? Langsam lässt der Schmerz etwas nach. Mhm. Okay, und jetzt geht das Inventar auf. Wir haben Mantel, Autoschlüssel, Streichhölzer, E-Mail, weißer Gips und eine Uhr. Hey, da fehlt was. Wir haben die Krücken verloren. Stimmt. Schau dich um. Du siehst hier zwei Krücken. Also, okay, also du liegst am Boden. Okay, steht nicht neu da. Dann nimm Krücken. Okay. Nicht Küken, Krücken. Versuchst das Gipsbein etwas hochzuheben, obwohl es noch immer schmerzt. Glaubst du, dass es so weit okay ist? Der Schmerz klingt jedenfalls immer mehr ab. Es sind seit dem Sturz sicher zehn Minuten vergangen. Jetzt wird es knapp. Also, zitiere ich mich selbst. In Ordnung. Ich glaube, wir haben die Krücken jetzt genommen. Steh auf. Langsam drehst du dich um und versuchst, gestützt auf deine Krücken hochzukommen. Geschafft. Vorsichtig belastest du das Gipsbein. Obwohl es noch ein wenig schmerzt, glaubst du, dass alles so weit okay ist. Also, mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Nein, stimmt überhaupt nicht. Mittlerweile hat es zu regnen aufgehört. Meine Güte, das ist aber schwierig. Und wir haben Punkte bekommen. Ein Punkt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Punkte. Okay, und jetzt müssen wir einfach nach Süden laufen. Mal sehen. Nee, Osten, oder? Osten. Okay. Großes nördliches Gräberfeld. Von hier aus entsteht sich Bäume, Holzbänke. Im Süden befindet sich der große Platz mit dem Holzkreuz. Ja, da müssen wir jetzt hin. Ja, okay. Als du über den großen Platz gehst, fricht der Wind wieder auf. Da hier weder Bäume noch Grabsteine stehen, kann der kalte Wind ungehindert seine ganze Kraft entfalten. Ja, genau. Und jetzt sind wir wieder auf dem Platz mit dem großen Holzkreuz. Okay. Also gehen wir jetzt, also wollen wir einfach zum Auto gehen und wegfahren? Na, wir müssen es versuchen, oder? Ich meine, ist ja gleich hier zu. So unser Job eigentlich, ne? Gräberfeld. Aber wir können gar nicht, oder? Doch. Ja, genau, stimmt. Ja, okay. Also weiter nach Süden. Und jetzt müssten wir... Schnell, das machen die wirklich noch zu. Nee, wieso? Wir gehen doch durch den Nebeneingang. Ja, vielleicht... Obwohl, der wird vielleicht auch zugemacht. Ja, okay. Warte mal, wir sind nach Nordwesten hoch reingegangen, also gehen wir nach Südosten wieder raus, oder? Ja, aber noch nicht erst. Die Eisentür ist geschlossen. Doch, die Eisentür ist geschlossen. Äh... Also du gehst dann nach Südosten, wenn du auf dem Gräberfeld bist und da steht, zwischen den vielen Bäumen bestimmen hier am Rand des Weges steht ein Mülleimer. Im Norden kannst du schemenhaft die Umrisse eines großen Kreuzes erkennen. Östlich von hier befindet sich der Vorplatz mit der Gärtnerei und dem Hauptplatz. Südöstlich geht es durch die Eisentür auf dem Parkplatz. Genau. Und die Eisentür ist geschlossen jetzt, wenn du Südosten eingibst. Also müssen wir nach... Könnt ihr daran rütteln? Osten. Ja, okay, stimmt. Rüttel an Eisentür. Ist nicht schlecht. So etwas kannst du ja nicht sehen. Hm, okay. Dann vielleicht Tür? Lame. Nee, okay. Geht nicht. Wollen wir untersuche Eisentür. Ein kleiner Nebeneingang für Fußgänger. Die Eisentür ist offenbar abgeschlossen. Ja, toll. Da hat der Blumenhändler recht gehabt. Wollen wir gleich zum Blumenhändler oder wollen wir nochmal kurz nach Norden und dann nach Westen zu dem modernen Gebäude? Ja, komm, nee, nee. Lass uns jetzt hier beim Blumenhändler klopfen. Das ist doch am logischsten, oder? Echt? Aber der hasst uns, ne? Ja, aber umso besser, weil dann schmeißen wir uns nämlich raus und dann sind wir draußen und dann ist gut. Ja, gar nicht doof, stimmt. Okay, also Osten. Vorplatz. Genau. Blumenhandlung. Okay, nochmal nach Osten. Genau. So. Alles, was du möchtest, ist so schnell wie möglich zum Ausgang zu gelangen. Aus dem Augenwinkel kannst du einen Schatten ausmachen. Ein großer schwarzer Vogel fliegt dann dir vorbei. Ach so, wir haben ja noch gar nicht den Haupteingang probiert, ne? Ne, der ist ja jetzt im Süden. Ja, dann gehen wir da hin. Auch dieser Ausgang ist abgesperrt. Verdammt! Und jetzt? Du stellst den Kragen deines regennassen Mantels auf. In den letzten Minuten hat der Wind wieder an Stärke zugenommen. Nicht nur, dass du nicht weißt, wie du hier wieder rauskommst. Es wird dir auch langsam ganz schön kalt. Hm. Ja, dann Osten, ne? Zum Gärtner. Die Tür des Blumengeschäfts ist verschlossen. Klopf an Tür. Du klopfst an die Glastür und wartest einen Moment. Nichts. Nach zwei weiteren Klopfversuchen gibst du es auf. Da ist niemand. Oh, dann können wir jetzt in die Tür eintreten. Mhm. Tritt. Tür. Aber das ist wahrscheinlich wieder keine Lösung. Mit dem Gipsbein wird das nichts. Dazu reicht deine Kraft nicht. Ich dachte, das ist gerade deswegen gut. Nee, das Gips ist doch total bröselig. Naja, aber es ist besser, als wenn man mit dem bloßen Fuß drantritt, oder? Hm. Was machen wir? Also das Einzige, wo wir hingehen können, ist dieses besagte moderne Gebäude, oder? Ja. Alles andere ist einfach nur durch die Gräber. Oh, vielleicht im Mülleimer. Stimmt. Aber der war, warte mal, Westen und nach, hier. Schau in. Da liegt eine Zeitung drin. Mülleimer. Geil, mit der Zeitung können wir auf das Tor hauen, bis es kaputt geht. Ja. Im Mülleimer liegt eine Zeitung. Ich versuche mal zu lesen, aber es ist schon zu dunkel, um zu lesen. Es ist schon zu dunkel. Was? Oh, aber die können wir benutzen, um uns warm zu halten. Können wir irgendwie in den Mantel stopfen oder so. Echt? Hm. Stopf. Zeitung in Mantel. Okay, das geht nicht. Ich habe dieses Wert nicht verstanden. Na gut. Ja, okay, dann lass uns gleich mal nach Norden gehen, weil wir schon hier sind. Mhm. Jetzt sind wir, ne, vier Himmelsrichtungen. Südwesten, hier dürfen wir nicht vergessen, ist der Trampelfahrt. Da müssen wir einmal gucken. Aber wir gehen erstmal nach West zu dem modernen Gebäude. Mhm. Das Tor zu der Aufbewahrungshalle ist verschlossen. Okay, untersuche, Geh, Beude. Ein nüchterner Bau, ganz in Weiß gehalten. Dieses moderne Gebäude wirkt auf diesem alten Friedhof ziemlich deplatziert. Der große Eingang ist geschlossen. Heißt nicht verschlossen, ne? Hm. Probier mal. Öffne Eingang. Der Eingang zur Aufbewahrungshalle ist abgeschlossen. Hm. Klopf an Tor. Aber da geht auch nicht. Du klopfst mehrmals gegen die Tür. Nichts. Hm. Hm, 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 hm. Ja, es ist nicht so ein optimaler Ort, um eingesperrt zu sein. Da wäre mein Einkaufszentrum lieber irgendwie. Bin ich mir nicht sicher. Wieso? Ganze, nee, auf, nee, nee, nee. In solchen Einkaufszentren starten immer Zombie-Filme. Ist nicht gut. Naja, aber dafür hast du da ganz fit zu essen. Ja. Hm. Eine einzelne große Krähe. Oder vielleicht doch ein Rabe, überlegst du? Der Vogel sitzt jedenfalls auf einem der Grabsteine nicht weit von dir. Hm. Und ist schon wieder weg. Na dann. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, also ich glaube, wir müssen nach Osten und dann nach Südwesten durch, über diesen... Hm, Trampelfahrt, ne? Hä, warte mal. Einmal nach Süden noch. Hä? Wo bin ich jetzt nach Osten zurückgegangen? Jetzt steht hier alte Gräber. In diesem Bereich scheinen die meisten Grabsteine schon sehr alt zu sein. Vereinzelt stehen hier sogar noch ein paar Mausoleen. Hm. Hm. Der Eingang zu einem alten Gebäude aus Backstein befindet sich im Westen. Okay. Ein Kiesweg führt nach Nordosten. Hä? Irgendwie sind wir jetzt unten, also bei dieser Trampelfahrt oder was, oder wie? Ich glaube, wir sind am Ende des Trampelfahrts, dem wir vorhin gehen wollten, ne? Der Eingang zu einem alten Gebäude aus Backstein befindet sich im Osten. Ein Kieselweg führt nach Nordosten. Oh, das sind wir... Weiter westlich steht ein großes Kreuz. Ja, das ist ja das große Kreuz. Und im Süden liegt der Vorplatz. Lass uns... Hä? Jetzt hab ich... Geh mal nach... Lass uns mal nach Nordosten gehen kurz. Hm. Kleiner Parkplatz. Okay, jetzt sind wir ganz wahres. Ich glaube, wir sind jetzt einen Schritt weiter gegangen. Also wir sind ja... Vorhin waren wir an diesem großen Kreuz. Und vielleicht sind wir da jetzt irgendwie abgebogen. Ja, aber es ist auch schon dunkel hier. Also... Also okay, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Kleiner Parkplatz. Ich lese es mal vor. Mhm. Dichtes Gestrüpp umgibt den kleinen Kiesplatz. Mhm. Parkplatz, Kiesplatz? Okay, Kiesplatz. Der, an dem den alten Backsteinbau grenzt. Der Parkplatz bietet gerade mal genug Platz für zwei, drei Autos. Du siehst hier ein Kellerfenster, vor dem ein großer Ast liegt. In südwestlicher Richtung liegen die alten Gräber. Okay, da kommen wir her. Wir nehmen mal den Ast. Ja. Nehmen den Ast. Der Ast ist viel zu schwer und unhandlich, als dass du ihn herumtragen kannst. Okay. Schieb Ast. Wieso? Wir müssen den ja nicht nehmen. Wir müssen den ja nur wegschieben. Achso, wegen des Fensters. Okay. Du ziehst... Simon, du machst heute den Progress. Du ziehst den Ast ein wenig von dem Kellerfenster weg. Du hast gerade einen Punkt bekommen. Yay. Also ich habe in meinem Client keine Anzeige von Punkten, aber ich meine, wir haben drei. Ja. Okay. Schau durch Fenster. Also wollen wir das einfach ignorieren, dass wir einfach nicht mehr dahin zurückkamen, um über den Trampelfahrt zu laufen? Vielleicht haben wir uns einfach verlaufen und irgendwas falsch eingegeben oder so. Okay. Go with the flow. Was hast du gemacht? Ja, ich schau durch Fenster. Okay. Schau durch Kellerfenster. Eine Art Holzplatte befindet sich im Inneren genau vor dem Fenster und blockiert die Sicht. Ja, dann können wir die ja wegtreten oder so. Weil das schon mit der Tür funktioniert hat? Ja, aber diesmal ist es eine Holzplatte. Oh, man sagt Gewalt ist keine Lösung. Mann. Ja, aber da ist ein Fenster dazwischen. Nee, nee. Ich dachte jetzt, dass da nur eine Holzplatte ist. Achso, du meinst von außen davor. Okay, dann... Na, oder von innen. Aber so, dass man die... Nimm Holzplatte. Das Kellerfenster kannst du nicht mitnehmen. What? Ich will doch nur die Holzplatte nehmen. Untersuche Holzplatte. Ein Kellerfenster des Backsteinshaus. Äh, Backsteinhaus. Nee, Backsteinbaus. Es ist zu. Gut, dann hier. Öffne. Kellerfenster. Ist verschlossen, lässt sich nur von innen öffnen. Okay. Okay. Na gut, dann... Okay, dann lass uns mal Backsteinbau untersuchen. Es würde dich nicht wundern, wenn dieser alte Backsteinbau schon mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat. Die alten, verwitterten roten Ziegel sind an vielen Stellen schon herausgebrochen. Das Gebäude umhüllt von Nebelschwaden erinnert dich an eine Kulisse für einen Horrorfilm. Aber es steht jetzt nichts vor der Tür da. Schau dich um. Gestrüpp umgibt den kleinen Kiesplatz. Hm, nee. Also wir können wieder... Wir sind ja über Nordosten hierher gekommen. Wir können jetzt mal wieder nach Südwesten gehen, also zurück, weil dort wurde das Backsteingebäude auch schon erwähnt. Ja, das stimmt. Also ich mach das mal Südwesten so. Da steht nämlich, dass da das Backsteingebäude befindet sich im Osten. Können wir mal hingehen. Was hast du gesagt? Nord, Nord, Nord... Südwesten und dann Osten. Nordosten. Ähm. Nee. Nee, über Nordosten sind wir hierher gekommen. Nee, nee, nee. Genau, Südwesten. Das ist ganz schön. Und dann nach Osten. Aber hier steht, die Tür ist verschlossen. Aber da ist ein Schild. Lies Schild. Da steht drauf. Ein altes Metallschild. Friedhofsverwaltung. Geöffnet. 8.30 Uhr bis 15 Uhr. Montag bis Donnerstag. Ich frage mich immer, was die Leute danach machen. Also... Na, arbeiten. Nach 15 Uhr ist dann ein Kaffee-Päuschen oder... Nee, na, die müssen ja sicherlich auch irgendwie Sachen managen. Ja. Die haben ja noch andere Sachen zu tun, als mit Leuten zu reden. Ja, aber ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie scharenweise Leute den ganzen Tag dann von 8.30 Uhr bis 15 Uhr da anstehen, oder? Ja, es ist halt eine Zeit, in der du da hinkommen kannst. Ja, und danach... Also da müssen sie halt beides koordinieren. Danach können sie sich wieder auf ihre normale Arbeit... Ich habe keine Ahnung. Auf dem daneben hängenden Aushang stehen die Zeiten für die Beerdigung in dieser Woche. Heute fanden drei statt. Darunter, als dritte, die deiner Tante. Morgen findet nur eine Beerdigung statt. 9 Uhr. Name des Verstorbenen. Karl Kollitz. Aha. Cool. Ist es nicht ein bisschen DSVGO-problematisch, wenn da hier die Namen einfach so veröffentlicht werden? Gut, andererseits, er ist schon tot. Stört ihn wahrscheinlich auch nicht. Und Namen sind auch nur Schall und Rauch. Hm. Gut. Okay, also in das Gebäude kommen wir auf jeden Fall nicht. War jetzt auch irgendwie zu erwarten. Weiß nicht. Da ist ein Kellerfenster. Bist so negativ. Aber... Wann mal... Ja. Wir sind jetzt ja schon bei 50 Minuten. Vielleicht wäre das auch ein guter Punkt, eine Pause zu machen. Mhm. Oder nicht? Doch, 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 doch. Wir wollen ja zu unserer alten Stärke zurückfinden. Und die war genau bei 50 Minuten. Nein, ich habe keine Ahnung, aber das wird sonst zu lang, die einzelne Folge. Ja, wahrscheinlich. Hör mal auf, Küm. Geht's weg. Na gut. Ja. Genau. Auf jeden Fall schön wieder da zu sein. Wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Aber wir... Genau. Es waren einige Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel ein Umzug. Und deswegen hat das eine lange Pause gegeben. Und dann war das Internet ganz schlecht. Wir haben nämlich schon mal versucht aufzunehmen, aber das ging dann nicht. Genau. Aber jetzt geht es wieder einigermaßen. Und mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Ja, Falk, jetzt wäre der Punkt, wo du auch was sagst. Ja, also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hören uns. Stimmt. Stimmt. Und bis denn dann. Tschüss. 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 Tschüss.